So, ich habe hier jetzt das 3er Set Silberknallteufel, 50 lustige Trickknaller mal 3, also 150 lustige Trickknaller von der Firma Niko Europe. Die Rückseite enthält 3 dieser Packung, lustige Trickknaller, hauen wir mal durch. Okay. Okay. Mm-hmm. Das war's für heute. Nummer 2 und Nummer 3 Nummer 3 Und noch einmal die, die nicht geballert haben. Vielleicht läuft das jetzt besser. Nummer 3 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 5 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war das Dreierpack Silberknallteufel von Nico Europe.